Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Und heute mal wieder zu einem Unboxing. Heute zeigen wir euch den Playmobil Shopping Center und zwar mit der Erweiterung. Ganz genau. Beide Sets haben wir bei Ebay gekauft und wir zeigen euch wie wir den aufgebaut und eingerichtet haben. Ganz viel Spaß und los geht's und denkt dran nicht vergessen unseren Kanal selbstverständlich kostenlos zu abonnieren. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.